Sie haben sich schon immer gefragt, was wir, die Supply Chain Architekten bei der ICS Group, eigentlich genau machen? Nein, nicht diese Art von Architekt. Wir planen, modernisieren, koordinieren, gestalten und integrieren. Wir behalten stets den Überblick und realisieren Ihr Digitalisierungsprojekt von der Konzeption bis weit über die Umsetzung hinaus. Wir sind Ansprechpartner und Schnittstelle zu allen wichtigen Bereichen Ihres Projekts. Also eigentlich doch ganz ähnlich. Nur statt Ihnen Ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen, verwirklichen wir Ihren Traum einer vernetzten und digitalen Supply Chain. Wir sind Ihr zentraler Partner für die Digitalisierung Ihrer Supply Chain. Von der Beschaffung und Produktion über Lager und Logistik bis zum Endkunden. Wir unterstützen Sie, Ihre Prozesse zukunftssicher aufzustellen. Die Bedürfnisse unserer Kunden sind bei uns der zentrale Ausgangspunkt. Deshalb stehen Kunden individuelle und integrative Lösungen im Fokus unseres Handelns. Im Laufe der Jahre haben wir unser Know-how stetig erweitert und bündeln dies heute in unseren fünf Kompetenzen. Unsere Berater gehen mit Ihnen Schritt für Schritt durch Ihre übergreifenden Prozesse und identifizieren Ihr Optimierungspotenzial. Wir beraten Sie in allen Themen rund um Digitalisierung und Automatisierung, basierend auf Ihrer bestehenden Infrastruktur und Ihren zukünftigen Ansprüchen. Unsere Softwarelösungen werden in-house für Sie entwickelt und individuell auf Ihre Unternehmensbedürfnisse angepasst. Egal, ob Sie Ihr Warentracking im Handel automatisieren wollen oder stets den Überblick über Ihre Waren und Ressourcen im Lager behalten wollen. Mit unseren Applikationen lassen sich alle Waren und Bestände in der Logistik erfassen, lokalisieren und steuern. In Echtzeit. Hierfür bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Mobile Computing-Lösungen und vielfältigste Möglichkeiten des Datenmanagements ganz nach Ihren Bedürfnissen. Auch mit Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch emotional begeistern. Als Bindeglied zwischen analoger und digitaler Welt sind physische Informationsträger wie Etiketten unerlässlich. Daher sind unsere Kennzeichnungssysteme und Etiketten aus eigener Produktion wesentlicher Bestandteil für eine lückenlos transparente Wertschöpfungskette. Auch nach dem Rollout lassen wir Sie nicht allein. Durch unser kompetentes Managed Services Team erhalten Sie professionellen IT-Support. Ob Remote, On-Site oder durch unser Repair Center. Wir unterstützen Sie, damit Sie sorgenfrei Ihr Business gestalten können. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Mit unseren fünf Kernkompetenzen digitalisieren wir Ihre Unternehmensprozesse als Ihr ganzheitlicher Full-Service-Partner und bringen Sie somit sicher in die Zukunft. Wir sind die Supply Chain Architekten.